Bei Bauer sucht Frau machte Antje ihrem Arne vor laufenden Kameras einen Antrag. Nun sind die Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange. Überraschender Heiratsantrag bei Bauer sucht Frau. Ein Herzbeben. Das hatte es bei Bauer sucht Frau noch nie gegeben. Während der Dreharbeiten zum Osterspecial Bauer sucht Frau, was ist auf den Höfen los? Machte Antje, 31, ihrem Arne, 31, und eben nicht umgekehrt, einen Heiratsantrag vor den laufenden Kameras. Im Stall ging die medizinische Fußpflegerin vor ihm auf die Knie und erklärte ihrem Liebsten. Du bist die Erde, die mich erdet, die Sonne, die mich zum Strahlen bringt und der Regen, der mich wachsen lässt. Willst du mich heiraten? Ja, natürlich. Antje ließ Arnes Antwort nicht lange auf sich warten. Zeugen des überraschenden Heiratsantrags war auch Fleckviehzüchter Michael Kaufmann, 29, der hinterher aus dem Schwärmen nicht herauskam. Es war grandios. Wir waren alle den Tränen nah und ein Herzbeben, bei dem man echt aufpassen musste. Dass man nicht noch vor dem eigenen Mann gleich auf die Knie fällt. Bauer sucht Frau Arne und Antje. Jetzt wird es ernst. Nun sind einige Monate ins Land gezogen und Arne und Antje sind sowohl mit ihrem Milchhof mit Käserei, sowie der parallelen Renovierung ihres gemeinsamen Liebesnestes voll eingebunden. Dennoch scheinen die Hochzeitsvorbereitungen nun in die heiße Phase zu kommen. Denn auf Instagram teilte der sympathische Lockenkopf nun ein überraschendes Detail. AA suchen bereits nach der passenden Standesamt-Location. So schreibt die 31-Jährige aktuell in ihren Instagram-Stories. Arne und ich sind auf der Suche nach einem Standesamt. Heute war ich auf dem Hausberg Bad Lauterberg, um mir diesen einmal anzuschauen. Dazu zeigt Antje ein uriges Trauzimmer mit ganz viel gemütlichem Holz und alten Fachwerkbalken. Auf dem Tisch stehen ein silberner Kerzenständer, ein Herz und der Schriftzug Mr. M. Ers. Ob sich hier die beiden Lieblinge aus Staffel 18 tatsächlich feierlich das Jahr Wort geben werden? Die Chancen stehen gut. Denn ein weiteres Bild der Location markiert Antje mit pochenden Herzen.